Hier haben wir die Sauer 202 Synchro XT kompakt, kompakt deshalb, wenn man sie einfach kürzer behalten hat. Kürzer deshalb, die Lauflinke beträgt jetzt 51 cm mit einer Anbringung eines Mündungsgewindes. Für dieses Mündungsgewinde kann ich später meinen Zusatz aufschrauben, die Mündungsbremse. Die zugehörige Abdeckkappe kann man bei nicht gebrauchter Mündungsbremse einfach wieder aufschrauben und wieder in Empfang bzw. in Beschuss nehmen. Verfügbar über die Sauer 202 Synchro XT ist auch der erhöhen verstellbare Schaftdrücken, hier mit diesem Flock-Schaft. Magazinkapazität, bei dieser Waffe habe ich jetzt 5 Schuss im Magazin, eine im Lauf. So, schließe jetzt diese Waffe. Die Waffe ist jetzt in einem gesicherten Zustand. Jetzt her, entsichere. Und man sieht es jetzt hier anhand vom gestohlen Griff, ich habe die Waffe 100% Interesse.